Hätt ich gewusst, dass du herkommst, hätt ich für dich ne leckre Torte gebacken, ne Torte gebacken, ne Torte gebacken. Hätt ich gewusst, dass du herkommst, hätt ich für dich ne leckre Torte gebacken. Oh, du bist es! Bäcker Bob ermordet. Zwölfter Bäcker innerhalb dieses Jahres tot aufgefunden. Serienmörder schlägt wieder zu. Mh, wunderbarer Käse. Den verputze ich mit nem leckeren Tupfen. Oh, ich komme ja schon, mein Junge. Ich bin schon unterwegs, Kromis. In der Sekunde bin ich bei dir. Eihou! Oh, nein! Danke, mein Freund. Oh! Oh! Füll die voll, mein Freund. Ah, eine Tasse mit wunderbarem Tee. Aber vielleicht ist ein ganz kleiner Diesel-Nachgeschmack. Wie wär's jetzt mit einem Frühstück? Sieht knusprig aus. Ähm, sehr knusprig sogar. Danke, mein Freund. Oh, oh Mann! Noch ein Bäcker mit seiner eigenen Teigrolle erschlagen worden. Das ist doch nicht zu glauben. Dennoch, was könnte das für uns heißen? Wir können davon ausgehen, dass es für uns ein besseres Geschäft bedeutet, Gromit. Wir sind auf dem Heimskurs. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Untertitelung des ZDF, 2020